Klick, 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 kura. Erding bietet Mittelständlern eigentlich eine ganz gute Umgebung, Infrastruktur. Dennoch ist es eine Kleinstadt, aber man kann sich über Google als Suchmaschine sehr gut auffindbar machen. Beispielsweise über Suchmaschinenoptimierung, über Dienste wie Google AdWords ist es sehr gut möglich, dass man als mittelständisches Unternehmen trotzdem in der Welt oder Deutschland gefunden wird. Es freut uns sehr, dass wir heute in Erding den ersten deutschen E-Towns Award vergeben durften. Der E-Towns Award ist ein Ausdruck dafür, wie digital eine Stadt ist und im Postleitzahlgebiet 8 ist Erding die digitalste Stadt. E-Town ist natürlich nicht die Leistung einer einzelnen Firma oder gar der Verwaltung der Stadt, sondern E-Town ist ein Abbild der gesamten EDV-Tätigkeit in einer digitalen Welt. Der Preis ist eher ein Indikator, wie es um die Wirtschaft in der Stadt bestellt ist.